hallo und herzlich willkommen zurück zur let's play stardio valley ich muss mich spiel das plump ring war sogar ein bisschen extra ich weiß gar nicht haben wir schon guckt hier ja hallo hier felix also dein erstes jahr ist ja fast vorbei war wenn du übrigens weiterhin sagen von meinen von mir kaufen müssen wirst du nächstes jahr wirklich doppelt so produktiv sein und ich habe ein paar aufregende neugigkeiten ich werde neue samen varianten in meinem laden nächstes jahr verkaufen ich sollte irgendwie eine neue variation pro jahre pro saison haben das ist eigentlich auch schon alles was ich sagen heute was gut weißt du übrigens ich würde gar nicht geben würde gar nicht tun kann ich jetzt versuchen die meine die sammlung von manualen hier von konkurrenten zu sehen es zu probieren sie haben sind die höchste qualitätssamen liegen irgendwo finden willst das ist ein versprechen ja keine sorge ich gehe nicht zu joha martt wir haben einen brief ich weiß gar nicht wofür ach genau lieber felix morgen wollen wir uns alle vor allem vor manis haus für das festival des eises ist eine feier des winters schneemänner eiskulpturen und eis fischig wird werden aber kommen so zwischen neun und morgens und zwei mittags oder wenn du mittagen möchte bürgermeister luis ja gerne gerne ich könnte es kaum erwarten jetzt mal die ganze scheiße hier in sorgen dann muss ich gießen muss ich dich gießen ich glaube wohl nein dahin ich sehe es gar nicht ich habe ich glaube ich habe ich gegossen ich sehe ehrlich gesagt gerade ich muss meine brille mal aufsetzen dann könnte ich mir ja mal sehen egal das ist wahrscheinlich jetzt leer ach der hund ist fertig nein die da oben das müsste alle sein ja diverse grüne eilen habe ich fällt übrigens auch dass ich voll schwer die folgende haben zu finden weil wir die hefte davon gar nichts machen so viel ja ja hier mal ein geiles lava katana nice 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 große eier große eier hier gerhard der hannes ne der hans ne der walder ne die da die da komm her so und heute vergesse ich nicht euch zu füttern keine sorge nein 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 das ist futter beng 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 das sehen wir zu daisy nächster heißt isabella ich weiß nicht warum du bist nur ein kind wa ja baby ich werde erwachsen habe ich eigentlich äh artisan animal ne ein weißes großes habe ich noch nicht aber ich glaube ich habe schon eins in unserer kiste war kann sein ich habe mich überhaupt ich glaube wohl natürlich ich packe papier da rein und kriege packel das macht sinn ja schon eins drin sehr gut das ganze menge scheiße du hast da drin warte mal du kannst mal da rein wir müssen uns echt mal jetzt so wenn das hier fertig so und so machen sachen dann gehen wir wieder in die wüste wir uns da um die scheiße ich weiß nicht wie viel fucking eigentlich habe weil ich die ganze zeit angel das ist auch ein scherz habe ich noch irgendwo fackeln ne 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 Prost, Eichhörnchen. Ähm... Denn dann können wir uns die neue Angel, glaube ich, kaufen. Ich hab doch mal nachgeguckt. Hab ich nicht wusste, wie das geht. Dann brauchen wir, glaube ich, die Iridium Angel, weiß ich nicht. Die können wir uns dann auf jeden Fall... Ach, gibt's eine Quest? Ja, da können wir gleich gleich hingehen. Ja... Hated? Oder ich hab... Hated, ne? Aufgegeben. Willkommen zu Piers. Darf ich jetzt eigentlich... Schade. Hey. Ah, findet sie auch gut, sehr gut. Schokolade, sag ich doch. Welche Frau steht nicht auf Schokolade? Ist mal ernsthaft. Äh... Ja, komm, wie viel müssen wir schlachten? Da gibt's ganz eine Menge hier. Ja, ich weiß. Scheiß Pale Ale. Geh mir damit nicht auf den Sack. Schreck mich nämlich auf. Das hab ich gar nicht gelesen. Scheiße. Egal, steht ja dann hoffentlich. Hoffentlich. Ach, der leider. Ich bin mal gespannt auf das Festmonat. Weil ich auf jeden Fall auch noch spielen, weil ich hab grad Bock drauf. Ich spune grad ein bisschen, äh... Stardew Valley, die er sichtigt. Was ist das denn hier? Eigentlich. Und da drüben müssen wir auch mal gucken. Und der Scheiß Dwarf. Ah... Red Slimes. Da hast du schon mal einer. Aua. Fuck you. Woher bist du denn? Woher bist du denn? Wie bist du dich? Ja, als ob du mir was könntest, Junge. Das mächtige Lava-Katana. Ist voll geil. Wieviel brauche ich jetzt? Eins von sechs. Ach, wo ist jetzt schon wieder diese Drextreppe, wa? Eisen. Wunderschön. Gib mir Schleims. Fuck you. Man muss das richtig verstehen. Sobald ich sechs Schleims hab, bin ich wieder raus, wa? Jaja, verzieh dich. Das Gold hole ich mir jetzt nicht extra grade. Ich glaub, da unten war noch ein Schleim. Weil ich mich nicht verguckt habe. Hier drüben. Hab ich mich verguckt. Nee, doch nicht. Stirb. Cool. Ein Diamant, natürlich. Ich hätte auch gern so ein paar Geoden. Das wär ganz toll. Sarvagiode. Nee, wann ist das auch schon gut? Gleich verkaufen. Jetzt hab ich drei. Ach, nicht blöd. Ah. Ich hab ein Schlauch. Ich hab jetzt drei, wa? Ja. Vier. Ja, hau doch nach oben, du Depp. Was ist das? Musik ist geil, ey. Fünf, sechs. Alles klar. Ja, ja. Danke. Hallo. Na, wie geht's? So, und wieder angeln. Ein bisschen eintönig. Aber ich will auf Level... sechs oder so kommen. Das wird... Gehen wir mal... Query. Gibt's hier was Neues? Nö. Okay. Ich hatte mir echt mehr davon erhofft. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Geil, jetzt wird geangelt. Vielleicht finde ich ja neuen Fisch. Oder? Welche brauche ich denn eigentlich noch? Für den River. Den Shad und den Catfish. Nachher... ob das jetzt ja so gut funktioniert. A perch. Wunderschön. Neeee. Leute, das ist schwer diese Würmer. Ich komme sofort zu euch. fuck you, geh hoch ich hole dir natürlich auch mit, das klappt sogar sehr gut und ein Punch, ganz toll drin ist, Eight und ein cool erst mal zu Gunther, geil wo ist denn die Kohle her? hab ich die gerade erwirtschaftet beim Mining so, hey Gunther ich hoffe der Fisch, die Würmer sind noch da ja, jawoll ah, super wir haben irgendwann die Scheiße nicht weggegibriert haben äh, was, stop hi Pam ach guck mal, da schuldig ich mal da hat kein Platz, warte mal Pre-Story-Kern-Ex, ganz toll kann ich doch kaufen hier, die Sachen sind auch fertig, das ist schön du kannst rein, du kannst rein du meinetwegen auch, du auch ja komm, du sowieso dich auch und dich bock, 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 bock drei Holz nochmal hin kann da rein, der kann da hin hab ich hier Copperohr drin? nö Steine habe ich aber hier Kohle habe ich hier Gold habe ich hier Silber habe ich hier wo ist Eisen ist es, kein Silber hab ich hier so wo ist der fucking wait, warte mal ich kann ich sowieso nur den, nur den welcher bin ich dann am weitesten mein Fisch, Specialty Ocean eine Sardine habe ich ich brauche den Red Snapper ab ans Meer naja, ruhig wieder ein bisschen angeln und ich weiß, wann kriege ich dann nicht mal so einen scheiß Red Snapper ich verstehe ihn nicht hey musst du jemals einen Tag frei? nö keine Zeit weil wenn ich mal nichts zu tun habe ich meine, du bist eigentlich hier drin ja, hi Louis gut ja, ja, ja mit den Schleimens ja, kenn mich schon danke sehr wo ist Louis eigentlich? Linus und mit zwei Louis und wir auch mal rein naja, wir werden da schon langsam so ein bisschen so ein bisschen Spaß das kleckn ist doch was geil hier Elliot glaube ich heiser da ist Willi hao ah, hier steht danke für die Information die ich gestern gebraucht oder letzten letzten zwei mal eine höhere Qualität einer Angel mit besserer Qualität glaubst dann müsstest du möglichst sein Köder und so ein Tackle daran zu machen ja, ein Tackle kann das leichter machen fuck you das wäre wunderschön dann bieten wir ja nicht so eine scheiß Angel an nein, Red Snapper Red Snapper nein Red Snapper komm bitte das ist ein Red Mullet fuck you wo beißen die dann eigentlich schneller das dauert immer noch voll ewig das ist doch Betrug das ist doch Betrug ich bin jetzt ein bisschen dösig wegen dem Schnee gerade bleib hier Red Snapper Red Snapper Red Snapper nein Red Snapper Red Snapper komm schon komm schon bitte nein bleib hier Albacore kein kein letzter Versuch ohne Spaß wenn ich die bis Frühling nicht fange gucke ich mal bei Google nach bis Ende Frühling gucke ich mal bei Google nach ob da irgendwelche Besonderheiten sind ich bleib hier ein Hering ganz toll eine Geode eine Note versiert guck da kann ich mehr darüber sagen geil geil zwei neue Artefacke 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 war ein Buch geil und Spaß was mit dem Museum wir uns machen ja Library Expansion der Sammlung hat sich erweitert so Museum hat zu dann würde ich vorstelle da ist der Friedhof da will ich gar nicht hin dann würde ich erstmal gucken ob die Dame noch da unten ist die hinterher das war 100 ich gucke noch nicht auf dieses Pale Egg ich habe es eigentlich mal gesehen ich weiß wirklich nicht mehr wo das ärgert mich aber die hat immer guck mal hier Würmchen und Clay ganz toll den habe ich jetzt gebraucht fuck you da sind nochmal Würmer jawohl nochmal Clay ganz Hammer geil das jawohl ist es da wahrscheinlich kostet es jetzt 3 4.000 jetzt ist sie weggegangen fick dich ah nee frech das frecht man wie stand da gerade noch auch nö ist doch gemein ja manche ihr beide könnt also nicht stehen leider ist auch scheiße einfach die ganze Kacke wegbringen der Clay kann weg die Fische kann weg da ist es zu spät wahrscheinlich habe ich jetzt den Albacore irgendwie gebraucht vielleicht nicht ich brauche einen Red Snapper weil eine Sardine habe ich da ist die Sardine egal nächste Folge ist Montag wir können mal kurz ich glaube wir müssen zum Black Swan müssen wir noch kommen dann können wir die Geode öffnen das wegbringen zwei neue Artefakte für Gunther vielen Dank dass du schon hast mal sehen was wir jetzt kriegen alter die Mayonnaise bringt so viel weil der Diamant hat eigentlich ein 750 gebraucht nice 750 naja Clay Void ist 2981 das ist doch schon mal nicht schlecht vielleicht gibt es ja auch irgendwie oben was so erstmal vielen Dank für die Zuschauer und tschüss bis zum nächsten Mal bis dann